Musik Während Milliarden in südeuropäische Pleitestaaten gesteckt werden, ist für Kinder und Familien kein Geld da. Musik Uns geht's gut, dank dem Euro. Die Löhne in Deutschland stagnieren, während die Kosten immer weiter steigen. Die Verarmung unseres Volkes schreitet rasant voran. Mir geht's gut, dank dem Euro. Profiteure des europäischen Finanzwahnsinns sind nicht die Menschen, sondern die Banken. Denen geht's gut, dank dem Euro. Am 13. Mai haben Sie die Möglichkeit, gegen den Euro und für unsere eigenen Interessen zu stimmen. Entscheiden Sie sich für die Alternative. Entscheiden Sie sich für die NPD. Am 13. Mai są richtig. Am 13. Mai sind in EMM. Ära das sind sitzt mit den Europäischenkten都 schreiten. Am 14. Mai ll cómo.